Hi, herzlich willkommen hier auf meinem Videoblog Draußen scheint die Sonne und deswegen ist Zeit für ein Thema, das euch anscheinend sehr, sehr interessiert. Ich habe zumindest sehr viele Zuschriften dazu bekommen, das war es das Thema HSS. Es gab ja bei dem ersten Video aus Mallorca schon so ein paar Verwirrungen. Wie kann der auf einmal mit einer Verschlusszeit von der 2000, 3000 fotografieren mit Blitz? Das geht doch normal gar nicht. Doch, das geht schon und zwar genau dazu braucht es diesen HSS-Modus, wie es bei Canon heißt oder FP-Modus, wie es bei Nikon heißt. Nun, wie läuft normalerweise eine Belichtung ab, wenn ich mit Blitz fotografiere? Die Möglichkeiten werden dadurch vorgegeben von der Synchronzeit eurer Kamera. Das heißt, solange ihr euch innerhalb dieser Synchronzeit bewegt, dann kann die Kamera öffnen und schließen des Verschlusses synchronisieren mit der Abbrenndauer, also mit der Leuchtzeit des Blitzes. Immer dann, wenn die Verschlusszeiten schneller werden, wie die Synchronzeit, die in eurem Handbuch steht, dann schließt sich der Verschluss schon wieder, solange der Blitz noch leuchtet. Was passiert? Ganz klar, es kommt zu Randabschattungen, zu dunklen Bereichen unten im Bild oder ganz schlimm, zu richtig schwarzen Balken. Was kann ich nun dagegen tun? Nun, dazu gibt es bei den modernen Kameras und Blitzen den, wie gesagt, den sogenannten HSS-Modus. Dabei fungiert der Blitz, ganz einfach formuliert, wie eine Dauerlichtquelle und man kann ihn damit auch mit jeder Verschlusszeit verwenden. Und ihr könnt euch auch vorstellen, was natürlich der große Nachteil dieser Methode ist. Dadurch, dass der Blitz sozusagen in ein Dauerlicht umgewandelt wird, führt es dazu, dass die Leuchtweite, also die Leistungsfähigkeit des Blitzes, ganz dramatisch sinkt. Das ist auch schon die erste Vorgabe, die man beim Fotografieren im HSS-Modus machen muss. Ihr müsst mit eurem Blitz sehr nah ran an die Person, damit hier noch genügend Licht ankommt. Was muss ich noch beachten, wenn ich mit einem Blitz im HSS-Modus fotografiere? Ganz einfach, die fehlende Leistungsfähigkeit, das ist das maßgebliche Kriterium. Das heißt, immer dann, wenn ihr wirklich gegen die volle Sonne ankämpfen wollt, wenn ihr also bei der größten Mittagshitze Sonne fotografiert, dann kann es sein, dass also die Leuchtkraft eures Blitzes inklusive Lichtformer schon wieder nicht ausreicht. Das heißt, wenn ihr einen leistungsfähigen Blitz habt, so Leitzahl zwischen 50 und 60, dann braucht es aber die volle Power dieses Blitzes, um in der Mittagssonne gegen die Sonne ankämpfen zu können. Und deswegen solltet ihr ihn dann eben auch ohne Lichtformer verwenden. Was muss ich noch beachten, wenn ich im HSS-Modus fotografiere? Oder wie gehe ich dabei vor? Nun ganz einfach, ihr wählt euch zunächst die Zeit-Blenden-Kombination, die von der Sonne ja vorgegeben ist. Das heißt, ihr wählt euch die Blende, mit der ihr fotografieren wollt. Wählt dann die Zeit so aus, dass die Hautpartien, die von der Sonne beschieden werden, eben nicht überbelichtet werden und hält dann das Model in der Regel von vorne mit dem Blitz auf. Das heißt, man nimmt in der Regel die Sonne von hinten, den Blitz von vorne. Aber dazu kommt nochmal ein separates Tutorial, wie ich mit der Sonne und dem Blitz arbeiten kann. Und wichtig ist dabei, wie gesagt, geht nah mit dem Blitz an das Model ran. Und dann ist es durchaus möglich, hier bei Offenblende zu fotografieren. Das heißt, einen schönen, unscharfen Hintergrund zu haben. Dann mit Seiten arbeiten zu müssen, die im Tausendstel-Bereich liegen. Und ihr könnt damit dann mit eurem Blitz hier von vorne das Model schön aufhellen. Im ersten Video aus Mallorca hatte ich euch ja den Lin-Bay-Friedender vorgestellt. Das ist jetzt nicht ganz ein Aufsteck-Blitz, sondern schon ein bisschen größer Blitz ist. Aber im Gegensatz zu vielen Studio-Blitzgeräten durchaus HSS-fähig. Wenn es etwas kleiner soll, etwas weniger Gepäck sein soll, dann bin ich mit Aufsteck-Blitz unterwegs. So auch jetzt hier in Mallorca war ich sehr, sehr oft einfach nur mit dem Aufsteck-Blitz unterwegs. Und was braucht ihr dazu? Nur zunächst mal den Funkauslöser. Da verwende ich den Juno 622C. Gibt es inzwischen auch für den Nikon-Anschluss. Zeichne ich dadurch aus, ist TTL-fähig, hat ein AF-Hilfslicht. Und ganz wichtig, ist eben HSS-fähig. Das heißt, ich kann mit ihm diese schnellen Zeiten synchronisieren. Ich kann also bis zu einer 1,8000 mit diesem Funkauslöser und dem Blitz arbeiten. Und das zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Als Blitzer hatte ich die Juno 5.6.8 in Mallorca dabei. Inzwischen, ich habe jetzt schon hier liegen, ist auch der 5.6.8 in der Version 2 erhältlich. Die Shop-Links blende ich euch wie immer unten ein. Der hat noch den Vorteil im Vergleich zur ersten Version, dass er auch Master-fähig ist. Das heißt, ich kann über diesen Blitz zweite Blitzgeräte, sei es von Canon oder eben auch von Nuo selbst steuern. Und das macht es für den einen oder anderen Fotografen mit Sicherheit noch interessanter, auf die neue Version umzusteigen. Als Softbox, wenn ich eine verwendet habe, habe ich hier von SM-DV hier eine Softbox mit dabei gehabt. Der große Vorteil hier bei der Softbox ist, dass hier alles zusammen ist. Ich habe also hier den Adapterring, der hier gerade aufgesteckt wird, auf den Adapter, der auf dem Stativ sitzt. Und dann kann ich einfach hier durch Aufklappen der einzelnen Stäbe die Softbox ganz einfach aufspannen. Hier ist jetzt auch nochmal eingeblendet. Und kann damit auch mit einem Klick sozusagen das Ganze auch wieder entspannen sozusagen. Und habe meine komplette Softbox immer zusammen. Und ich muss hier eben nicht zeitgleich mehrere Sachen immer zusammenbauen. Das geht also sehr, sehr schnell. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Reiseerquickment, das ich hier in Mallorca dabei hatte. Schaut uns bei verschiedenen Shootings zu. Die wichtigsten Informationen blende ich euch wie immer unten ein. Und wenn euch das Thema noch ein bisschen intensiver interessiert, habe ich im August einen Workshop zum Thema Outdoor Fashion mit der Firma Sigma in Zusammenarbeit. Ich brenne euch die Adresse unten gerade mal ein. Ich weiß nicht, wie viele Plätze aktuell noch frei sind. Aber wenn ihr euch das Thema ein bisschen näher interessiert, wir werden dort auch sehr viel mit HSS arbeiten, mit Reflektoren arbeiten, Ausdor, Blitz, Sonnenlicht in Kombination. Wenn euch das etwas näher interessiert, meldet euch an. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen von euch ja mal live. Ansonsten sehe ich den Rest hier in zwei Wochen hoffentlich wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Durch die Sonne. Das heißt, du musst dich ein bisschen ein, nicht mehr so ein bisschen von mir abwecken. brothers? Bis dann. 大丈夫. eurem Menschen. lo ? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020